Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario World. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und haben das Finale Schloss abgeschlossen. Und nun gucken wir in die... Ich glaube es müsste jetzt das Goldene Land sein, die Special World. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall ist es die Star Wars. Und zum Heiligen Reich. Ich ruhe. Ich glaube es ist Mega-Meng-Musik. Aber ich weiß gerade nicht was welchen Teil. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob es Mega-Meng-Musik ist. Ich kenne die Musik auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht mehr, woher... Ach man. So, das müsste jetzt ein Luftschiff sein, oder? Hallo? Wow. Okay, das sieht schön aus. Du kannst erst in das Heilige Reich, wenn du die vier heiligen Schalter betätigt hast. Das Heilige Reich ist ein bisweilen unbekannter Ort. Okay. Ja. Erster Schalter ist aktiviert. Zweiter Schalter ist aktiviert. Dritter Schalter ist aktiviert. Vierter Schalter ist ebenfalls aktiviert. Wow, ich kann ins Heilige Reich. Das war ein schweres Level. Es war einfach nur das Test-Level. Bin ich im... Ob ich ins Heilige Reich darf. Okay, alles klar. Gut. Dann bin ich mal gespannt, was uns ins Heilige Reich jetzt uns erwartet. Ach, ich muss nach oben. Okay. Hohe Lüfte. Ist das jetzt das Luftschiff, was mich ins Heilige Reich bringt, oder? Aha. Nein! Verdammt! So. Achso. Okay. Ähm... D... D... D-d-d-d-d-d-d-d-d... Das ist doch ne Mega Man X-Musik, oder? Die Todesmusik ist anders. Peace. Oh, ich glaube, das war dumm. Aha! So, hallo, Yoshi. Okay, ich setze hier ein Save und... Okay. Na? Ich kann die Musik gerade nicht identifizieren. Oh, ich falle viel zu schnell plötzlich. Okay. Ah, so geht das. Moment. Ich glaube, ich soll den Koopa fressen. Weil ich glaube irgendwie nicht, dass das Final mir mehr als nur einen Spider zur Verfügung lässt. Na. Das ist... Ich glaube, ich speichere einfach mal hier, weil... Ja. Na. Na? Okay, Moment. Das muss ich anders machen. So ungefähr. Nein. 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 Auch nicht. Oh, das ist fast gewesen. Moment mal. Ich werde mal kurz ein Pixelfie setzen. Und dann werde ich mal was versuchen. Na, das war... Okay, hier bin ich erst mal sicher. Pixelf. Moment, die kann ich fressen. So, okay. Okay, jetzt habe ich Angst. Okay, ich habe noch eine andere Idee, wie das gehen könnte. Ha! Oh mein Gott. Ich hole jetzt hier gerade meine Skills raus. So, und da haben wir auch meinen Yoshi. Okay, den Yoshi... Na, ich habe es noch geahnt. Ich muss hier fliegen. Äh, Moment. Moment. Äh, ich wollte es noch nicht direkt fressen, aber okay. Hier wird erst mal ein Pixelf gesetzt. Und... Jetzt versuchen wir es halt nochmal. Okay. Äh... Äh... So, komm, schon. Ich will nicht so hoch fliegen. Okay. Nein! 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 Oh man Äh Okay, das geht aber Na Oh, ich hasse das Die Laufentaste ist gleichzeitig die Fressentaste, das ist blöd Ähm Ich habe vorhin vergessen, dass ich auf den Dingern stehen könnte Na Alter Wow, das war most epic like Ich hoffe, dass ich meinen Yoshi nicht mehr brauche Was zur Hölle, da rollt ein Kopf herum Okay Ist das ein Ähm Fuzzy Ich denke schon Ich denke mit dem Fuzzy soll ich jetzt weiter Sonst wäre er ja nicht da Äh Fuck Ich habe doch immer so viel Angst beim Fuzzy Jumpen Zu safen Wobei im Gegensatz zum Ultra Hardtack sind hier keine Bullet Builds, wo ich mich fersafen kann Also kann ich eigentlich viel sicherer das Ganze machen Aber ich wusste, dass sowas kommt Oh Rewind Rewind, 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 rewind Rewind Okay, wir werden jetzt meinen Pick-Safe setzen Gut, das hat geklappt. Ich bin immer so ruhig bei solchen Stellen. Die Pflanze sollte aber machbar sein. Diese Aufstiege hier sind schlimmer. So. So. Na, komm schon. Geh da durch. Na, los, komm. Komm, 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 komm. Ich hatte es doch schon fast. Ah. Na. Okay, geschafft. Danke. So. Ziel. Kaisersprung. Oh mein Gott. Danke. Das war machbar. Okay. Ich bin auf jeden Fall... Tiefe Gewässer. Oh, und es gibt mal den Safe-Punkt. Wasser-Level. Oh Mann, und hier kommt mir doch garantiert was entgegen, oder? Haha. Äh, wieso macht der Schack nichts? Hallo, Schack? Bist du so ein Rufer, Schack? Ah ja. Gut, okay, du hast die Super-Koopers halt so gerufen. Na gut. Super-Koopers retten den Tag. Und... Ähm... Ich kann übrigens hier Leben formen, wenn ich will. Moment. So. Leben. 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 So, okay, das reicht mir aber jetzt gerade. Na. Das war... Okay. Ich hoffe, die Zeit ist hier nicht so knapp vermessen. Oh mein Gott, die Super-Koopers. Ah, das... Ja, wahrscheinlich eh schief gegangen. Okay. Boah, wie es langsamer wird. Das goldene Reich ist ganz schön Sprite-Limitation-lastig. Okay. So. Äh, was ist hier unten? Hier unten brauche ich einen P-Switch. Den ich garantiert da drinnen finde. Ja, komm. Gib mir halt das Leben, wenn du das unbedingt möchtest. So, jetzt kriege ich keine Leben mehr. Na. Ich will da unten lang. Okay. Nein. Das war nicht so geplant. Oh mein Gott. Okay. Guck ich hier eigentlich durch? Na, nein. So. Komm, ich würde jetzt einfach mal hier mal ein Save setzen und gucken wir mal. Ja. Lass mich doch an den blöden P-Switch ran. Na. Okay. Okay, das geht. Das geht, das geht, das geht, das geht. Jetzt denke ich mal, dass es auch verlangt wurde. So, und jetzt ganz schnell hier durch. Wahrscheinlich muss ich noch durch ein zweites Ding. Das war ja in dem Heck irgendwie immer und immer wieder. So. Deswegen ist das hier nicht so lang. Ja, komm schon. Ja, ich hab's doch geahnt. Oh, die Sprite Limitations. So. Mehr konntest du nicht von mir verlangen. So, das musste jetzt gehen. Oh, das ist doch schrecklich, wenn alles so langsam läuft. Moment kurz. So. Okay. Dann geht's jetzt hier unten weiter. Ich hab doch schon den Shack gesehen. Und... Nein, fuck. Halt da. Was verlangst du hier eigentlich? So, komm. Hör mal auf zu schießen. Okay. Das muss ganz schnell sein. Nee. Okay. Na. Ah. Oh, das ist so knapp. Oh, Moment. Das hätte, glaube ich, geklappt. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Na los, na los, na los, na los. Ja. Nein. Komm schon, 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 komm schon. Nein. Los, 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 los. Das geht nicht. Ich habe es noch gerade geschafft. Wenn das gerade ging, warum geht das denn jetzt nicht mehr? Okay, 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 okay. Speichern, speichern, speichern. Pick safe. So, okay, äh. Das mit dem Shark war gerade echt knapp. So, puh, okay. Hier habe ich eine Save-Point-Stelle, wo ich mal wieder ein bisschen rumspielen möchte. So, nein, ich muss da ganz wenig, nein. Stimmt, ja, ich muss ja bei diesen Schrägen. Schrägen im Wasser sind ein bisschen böser als manche andere. Weil, ich muss da immer kurz stehen bleiben, damit das klappt. Nein, nein, das bewegt sich automatisch nach links, das kotzt mich ein bisschen an. So, okay, das hätte ich. Dann... Ja. Okay, machen wir es so. Ach, verdammt, ich habe ganz vergessen. Wir sind ja... Das ist ja ein zeitlich begrenztes Level. Alter, ich hoffe, dass die Zeit noch ausreicht. Da, 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 da... Nein, fuck. Jetzt, komm, schon. Mach hinne. So. Na. Alter, ich habe Angst, dass die Zeit echt nicht ausreicht. Das wäre widerlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Los, komm schon. Ah, da unten ist Koopaschill. Döp. Okay. Na. Habe ich die Koopaschill noch gebraucht? Ne, scheinbar nicht. Okay. Oh, nur... Ne, ein Boss noch. Okay. Puh. So, bam. Verdammt. Moment, ich mache Rewrits. Das ist mir lieber... Halt. Ne. So, geht doch. Puh. Wir haben es geschafft. Beziehungsweise ich und ihr auch, die das zugeschaut haben. Ja. Gut. Ich glaube, ich war sehr, sehr ruhig in dem Level. Irgendwie, keine Ahnung. Das ist, äh, ja. Absolutes Level. Das ist, äh, ja.